hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute ltt nur mit tommy und mir das wird sowieso niemals auf youtube kommen ich werde dich sowas von zerstören wie das wenn ihr auf youtube kommt ich komme auf youtube wo soll das sonst kommen in den nachrichten hallo hallo ja ja im eins gegen eins kann man eh nicht richtig werden ja das stimmt weil du willst das einfach direkt erraten jetzt was ich male weil ich so göttlich male das ist ein zappen und man jetzt wird es nicht nicht so rund wie ich wollte weil ich lachen musste ich weiß nicht ob das so gut ist zu zweit so ein spiel zu spielen natürlich ist es cool aber jetzt kann man alles laut aussprechen das ist cool ist ein käfer oder das ist kein käfer ich verstehe nicht was ist denn das ja warte doch mal das ist nicht gut das ist nicht gut oh nein was warst du denn da aaaah ich komm doch noch drauf Modell du hast doch Okay, okay. Ich zeig dir mal, wie man sowas malt. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich finde, dass es gemein ist, dass du das so hatest. Das war ja sowas von nicht schreckt, Mann. Ne, das seh ich einfach nicht ein. Es tut mir leid. Was? Wie? Weißt du, ich brauch nur das Kleid malen. Das geht nicht einfach. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie schreibe ich das ganz oft in letzter Zeit, weil ich es gerade will, aber seitdem ich laufen hatte, muss ich laufen schreiben. Ist das ein Soft Ice? Nö. Ist das... Ist das eine Schnecke? Das war einfach. Das war schwere Sachen, dem. Was? Mein Kopf... Was ist das überhaupt für ein Kopf, Alter? Naja, in meinem Kopf sieht das alles so aus. Boah, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer. Ja, ich weiß nicht, ob das in deinem Wortschatz ist, obwohl ich dich für sehr intellektuell halte. Ähm, ähm, weiß ich nicht. Das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun, aber ich halte es da hin. Ähm... Ach, du schrecklich. Ähm, oh mein Gott, ist das so schwer. Ich muss eigentlich so viel, ähm... Machen in der Zeit... Ähm... Ähm... Dann versuche ich es leichter zu machen. Boah, das ist echt scheiße gemalt. Ähm, super. Okay. Okay. Da... Hä? Da. Fluss. Da. Andersrum. Das ist erst. Das ist zweit. Sie. Also... Wir haben hier zum einen einen Hai mit einem Koffer mit Stahlen drin. Nee, der gehört zu dem. Es ist eigentlich ganz, ganz gut in meinem Kopf gewesen. Ich glaube, ich kenne das wohl nicht. Das ist richtig schwer. In meinem Kopf sind so Sachen rumgegangen wie Krawallhai, aber das... Aber das war voll da dran. Oh, das wäre so geil gewesen, wenn du draufgekommen bist. Was ist ein Krawallhai? Ein Krawallhai gibt's ja nicht. Oh, ein Kredithai halt. Also, ich glaube, dass es ein Krawallhai nicht gibt. Ich kenne ihn zumindest nicht. Okay, wann der... Das kannst du... Das wirst du ihm niemals erraten. Hast du auch so ein schweres genommen? Nee, aber es ist einfach kacke, dass es in dem Spiel solche Wörter gibt. Das ist ja einfach nur witzig. Das ist wie geiler, wenn man das dann auch wirklich noch erredt. Äh... Boah. Fertig. Angeln? Nee, ich bin noch nicht ganz... Ey. Also, er sticht mit etwas in seinen Arm. Ja. Ist das sowas... Theoretisch ist das gut. Nee. Äh... Aber theoretisch ist das schon ganz... Ist die richtige Handlung, die du da machst. Also, du pikst ihn in den Arm. Mit. Mehr sage ich nicht. Also... Äh... Äh... Fol... Nein, Folter ist es ja nicht... Äh... Folter... Äh... Also, das... Ja. Okay, warte. Ich... 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 Ich möchte mir das halt auch nicht schönreden, weil es war nicht so gut. Es war wirklich... Wie warst du denn im Fieksten, Mann? Ja. Hä? Oh nein. Da! Wolknäul plus... Banane. Sie ist keine Banane, du Arsch. Ähm. Ähm, okay, warte, die gibt's hier auch in dieser Form. Und die gibt's auch... Sooo... Und ein anderes Wort dafür. Du kommst nicht drauf, oder? Geh mal weg von deiner Wolle, das ist was anderes, ein anderes Wort. Was ist... Was ist das? Was... Was ist das? Ja, offensichtlich... Ein Vollknäul. Nein, ist das. Kacke. Oh nein, das macht überhaupt keinen Spaß. Nein, weil du schlecht bist. Warum bist du schlecht? Sei gut, das ist ne Bandnudel. Das ist doch auf sich. Was ist denn? Das google ich. Kennst du keine Bandnudeln? Was ist denn? Doch, natürlich, doch, kenn ich's. Wiss ich aber nicht. Oh mein Gott, ist das gut. Oh mein Gott. Okay. So viel steht schon mal fest. Ahem. Ahem. Okay, wir... Geil. Ich, mir fallen so viele Sachen ein. Oh, warte, warte. Ist es... Nein. Nein, das ist nicht... Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Keil. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist schön. Oh Gott, das wurde nicht erklärt. Ich geh nicht mehr so aus. Also, im letzten Part, ja. Da gab es vor der... Hey. Hey. Da gab es vor der Aufnahme eine heiße Diskussion. Hey. 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 Zehn Jahren jeden Tag beschäftigen. Du kannst gar nicht sein Onkel sein. Alter, aber das war doch so. Und dann meinte ich, hä, es gibt sowas wie Partneronkel. Und Fossi hat es bis heute nicht eingesehen. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Ähm. Die ich euch jetzt einfach mal erzählen wollte. Und das war sehr witzig gerade. Weil diese Aufnahme einfach eben war. Boah, wir sind beide Erster. Oh mein Gott, ist das cool. Wir sind beide gleich scheiße. Das liegt auch nicht daran, dass es zu zweit. Aber keinen Sinn, da gibt es Spiel zu spielen. Aber ich bin super, ich werde es halt den Kampf der Legenden nennen. Und wir sind einfach beide Gewinner. Ein Momentchen einmal. Es macht so Spaß, mit dir zu malen. Ich möchte den Titel des alleinigen herrschenden Malkönigs. Du hast bei mir auch die Krone auf. Das ist richtig unfair. Nochmal, nochmal. Du bist nochmal. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch nur mit dir alleine zu spielen. Haben wir übrigens gemacht, bevor sie essen musste. Und er... Ich denke nicht, dass du das auf YouTube lädst. Das glaube ich zu lange. Und ob er ist... Töne, ich denke, das auf YouTube ist so geil. Warum sagst du das aber hier im Video jetzt? Ich glaube nicht, dass du das auf YouTube lädst. Er, die Letzten war... Nein, das möchte ich nicht. Das wird aber passieren, mein Freund. Okay. Sonst wirst du nicht Partner, Onkel von meinen Kindern. Nee, das ist ja wohl offensichtlich, dass du es wisst. Wir reden ganz viel Scheiße. Erlasst einen Like da, wenn euch das Video mit Domi alleine auch mal gefallen hat. Denn er ist ein guter Alleinersteilter. Nein. Nein. Du warst mich ganz nervös. Schreibt was in die Kommentare. Was sollen sie in die Kommentare schreiben? Partner, Onkel, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Ja, bitte seid einfach nur lieb. Ja, bitte seid einfach nur lieb. Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge.